und und wird so zu einem Fall der Tour in der Stadt und auf dem App Innocent Motel und wie immer auf diesem German DDD Server und der App habe ich glaube ich noch nie gespielt obwohl das nicht sein kann weil ich ihn nämlich gar nicht runterladen musste obwohl ich das erwartet hatte und er war eigentlich nicht bekannt worden naja den Namen habe ich schon mal gehört aber ich hätte jetzt auch ich gedacht dass ich noch nicht was gespielt habe wie auch immer ich war gerade und das war ja es war gerade Map Change und davor war die Map was auf Wooftops er wurde habe ich eine Runde gespielt in der Ecke ich weiß nicht mehr und wenn ich gut sich immer dasselbe und manche guten Runden sind immer noch nicht auf eine Bedeutung nach das passiert ist immer wieder wir wollen die Einrichtung keine Ahnung ich war angeschossen und davon kreis 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 okay ich konnte gar nicht nicht springen mit der Langefektion bei Topp hat er aber nicht schickte auf der Toilette Mordentracht einer Teile warte ich bin auch um nicht abhängig der Leiche aber schaut gar nicht mehr aufrufen ich habe auch Schaden gemacht aber ich habe mich auch nicht warte ich habe ich habe ihn getötet und ich habe ihn mitgehalten aber hier war noch einer der hat nichts gemacht und er hat die Erinnerung von mir ist das eingefallen war nämlich inzwischen bin ich hier auf dem Server Level 1 bin ich hier rank no name rank no name er war und er hat mich mal gezeigt dass er das Geist war das Wort hat mich noch mal egal wie ich glaube ich noch mal weißt du nicht mehr noch ein paar Jahre später also ich habe mich überwarten weil er noch nicht mehr zu sehen umgebracht habe ich finde ich ein bisschen gerecht gemacht nachdem ich habe ich habe ich mich anwesende der hochwerten kann ich habe ich habe und wie auch immer erhältlich sie haben hat er kommt an zu machen ist man hier ich habe ich bin die Tektiv Hallo Rauti ich bin muss ja auch die Tektivität von dem Aufzug hier wenn er funktioniert ja funktioniert gut die Textur sind so extrem flach aus kaputt macht es tot dabei bin ich ganz sicher ein Pettiger nicht öffnen hier wurden Computer zerstört ein Computer Massenmord Uhr auch auch nicht mit einem guten Tag und dann kommen wir lassen da ich die die Töten alle Lufthansa ich habe schon gesagt habe ich nicht der von einem Gefluss mit einer auch die Computer Massenmorde Ich hab ein Tier getötet, ich hab ein Tier getötet Ich hab ein Traitor getötet, ich bin proven Dann muss man noch die Pflanze da sterben Jedenfalls der Blumentopf Dann gibt es noch keine Zeugen mehr Dann gibt es auch keine Zeugen mehr Das war laut Oh, ich soll da irgendwo hinkommen Soll ich mal auf die einen Leute hören, den zuhören wenigstens Ich bin mir nicht sicher, ob ich das Ding nicht eingesetzt habe Normalerweise bekomme ich das nicht immer nicht hin Aber, naja Ja, auf jeden Fall bis zur nächsten Runde Und ich werde angeworfen Eigentlich ist das nicht ganz so, so jetzt aber Es auf jeden Fall Ja, ich hab ein Saftkicks angebadert, weil ich hab gedacht, dass er mich angeschossen hat Achso, ich hab dich nicht getötet Ich hab dich nicht getötet Ich hab einen Typen und hab.. Nein, ich hab... Ich hab mich getötet, ohne Grund Aber, nur jemanden hat sonst jemand anders zu tun Ja hab ich... Jemand auch so Ja natürlich genau mich, der sich einfach nur innen angeballert hat, weil er... Weil ich geglaubt hab, dass er mich angeballert hat Ja, wenn die Sache war, das ist was für mich ein Grund, dich zu töten. Jetzt auch noch ein Schicht, dann hast du gesagt, ob du ihn töten wolltest. Was ist das hier eigentlich Polen? Ich habe ihn einmal mit der Pflichten angeschossen, weil ich Scharung bekommen habe, der nur für Chaos zu... Okay. Ich weiß nicht, ob es hier eine Traitor-Falle gibt. Kann gut sein, aber naja. Wenn ja, dann sieht es schlecht aus. Also, da sind so viele Leute. Was ist das hier? Oh, da kann man nicht durch. Muss ich nicht mal so schießen. Da kann man nur das DT rein. Genau, ein bisschen extra. Ich würde etwas sagen. Ach egal, es ist mir zu eng. Da kommen Leute drin, aber trotzdem. Boah, wer schießt hier? Ich spring hier rein. Icharselly Thai. Lektion, blood onion ein. Wann geht auch zu. Wenn die Aufstür. Laar. Rauti Rauti Leiter auch übernimmt Neer auch die was nicht okay und jetzt haben alle Bild um sich geschossen daher doch was war denn das das ist ich war gerade dabei die Leiche zu untersuchen ich bin ich weiß nicht ich bin und wer hat mich getötet Neupperkiller Raut jetzt tot ist Neupperkiller Prozent 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 von Köln Sniper-Killer Wieso hast du mich getötet ich war gerade bei Leichen zu identifizieren der in der Eichhörigkeit zum dritten Schicksal in der Bekannten und ich muss oder mit einer der Typen nicht ich werde das Echel irgendwas Dings hat ich glaube zu haben sie dann auch und auch nur anwältigt werden erst mal anmütet das ist noch öfter macht dann müde ich hätten auf jeden Fall die Katana nicht nur Computer sind auch Computer Zubehör aber insbesondere Computer wenn hier Drucker wären dann würde ich die noch lieber machen wenn der Grundsatz von Druckern ist nicht funktionieren und als ich war mit dem Thema ist der Grund ja ich bin ich war aber okay ich habe mich auf die Berge der dringendien denn dieser Blüte der hatte einen Monitorkopf auf. Jemand anderes als sich der einen Monitorkopf auf hat, hat es auf jeden Fall verdient zu sterben. Lord, Lord. Ey, ich habe ihn noch schossen, aber er hat mich angeschossen, das sieht er ja. Ich bin bei Dark Hole. Wenn ich tot bin, dann ist es Dark Hole. Ich wurde angeschossen von ihm. Man sollte ihn besser nicht töten, obwohl die meisten Leute hören ja sowieso immer nicht zu. Das ist wirklich so. So, den Feichnung, um den Aufzug, keine Ahnung, ob der nach oben oder nach unten fährt, und wohin er fährt und so weiter. Ah, okay, fährt nach oben. Open Traitor Window. Okay. Da kann ich mich jetzt irgendwo teleportieren auf Zulette und in diesen komischen Raum. Hä, wat? In den komischen Raum, nach dort oben. Ah, nee. Ich kann hier rausgehen. Quats, 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 quats. Wie komme ich da raus? Keine Ahnung. Dann gehe ich halt hier nach oben. Ah, okay. So? Hallo. Hallo. Oh. Interessant. ARCHEN Du, gibst ganz genauer Raumvorrufe. Sorry, 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 sorry. Ich wusste gerade gar nicht wo ich bin. War total ineinander. Ich büßt quats den Kopf. Ja, keine Ahnung. Dann kauf ich mir mal kurz. dafür ich glaube es kann Ich kann die Tür nicht öffnen, keine Ahnung, was das soll. Scheiße, ist ja der Tech-Tiff dort, aha, interessant. Das denke ich sogar gut, aber... Mann, ich kriege ihn nicht tot. Dann kaufe ich mir jetzt mal ganz früh einen AK-7. Easy. AK-47. Okay. Okay, ich hätte mir die AK-7 für dich doch nicht mehr kaufen brauchen. Ich habe die ganze Zeit verkämmt, sie könnten kürzen. Auf jeden Fall, ich will das nochmal angucken. Da, 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 da. Da, 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 da